Hallo, wir sind hier in Erfurt bei Kika und schauen uns heute die Sendung Timster genauer an. Also ich, Mia, Mathilda und Clara, wir schauen uns an, was hinter der Sendung Timster wirklich dahinter steckt, wie viele Leute es braucht und was die anderen Leute hinter der Kamera noch machen. Hallo, wir sind jetzt angekommen im Timster-Studio. Hier sind sehr viele Leute gerade schon am Werkeln und am Drehen. Wir haben auch schon ein paar Szenen mitverfolgt und ein Interview gegeben. Und ja, jetzt schauen wir uns das nochmal genauer an. Hier ist das Studio und alle Leute, die dahinter stecken. Puh, endlich eine Pause. Sieht nämlich ziemlich anstrengend aus. Und interessant ist, für wie viele Leute das anstrengend ist. Der Raum ist gefüllt mit Leuten. Dann war es nur da. Hier wird gerade schon mal das Licht eingerichtet und die Position für die nächste Szene. Und gleich geht es dann auch los, wenn alle sich abgesprochen haben. Und dann müssen wir leider leid sein und deswegen machen wir jetzt aus.